Wir gehen jetzt rein in das Video. Content Creator, sucht ihr gefälligst einen richtigen Job. Auch ein Thema, was in letzter Zeit wieder sehr viel diskutiert wird. Ist Content Creator ein richtiger Job? Ist das alles so fair? Wie viel Geld die Leute verdienen? Etc. Blablabla. Ich sage euch in vornherein, schon mal, ich würde sagen, es ist nicht fair, was Content Creator wie ich verdient im Gegensatz zu anderen Jobs. Wie zum Beispiel Leute in der Pflege, etc. Aber wir gehen erstmal rein. Content Creator. Bei diesem Wort kommt den meisten wahrscheinlich sofort jemand in den Sinn, der irgendein Zalando Outfit auf Instagram postet. und dafür dann mal 30.000 Euro kassiert. Oder Heilsteine auf TikTok verkauft, die angeblich Krebs heilen können, XD. Nur um abends im Restaurant dann zu fragen. Entschuldigen Sie bitte, aber ich sehe hier gar keine Instagram-Story als Zahlungsmöglichkeit. Wie oft denn noch? Shoutouts Core Crafter. Zahl oder verpiss dich. Hey Leute, ihr wisst gar nicht, was hier gerade Schreckliches passiert ist. Eine kürzlich durch... Das Ding ist, das ist halt super überdramatisiert dargestellt. Aber manche Content Creator sind so kopfgefickt, dass die halt wirklich denken, wenn die in irgendein Restaurant gehen oder so, dass die da mit Story zahlen können. Digga, das finde ich geil. Stell dir vor, ihr habt so einen Foodtruck oder so, oder ihr habt irgendein Restaurant. Und dann kommt da irgendein Buster dann und sagt, ja, ich habe hier gerade die Rechnung gesehen, über 103,59 Euro. Dann kommt der Kellner und sagt, ja genau, alles gut. Ich hoffe, es hat Ihnen geschmeckt. Bar oder Karte. Und dann sagt er auf Ernst, yo, darf ich mir eine Instagram-Story zahlen? Ich würde mir die Hose scheißen. Es gibt nichts Unangenehmeres. Oder wenn Leute so Rabatt wollen und dafür Instagram-Stories posten. Digga, seid ihr cringe? Bezahl dein verficktes Essen. Ja, aber das mit ConCrafter ist auch acht Jahre her. Also das war wirklich cringe damals. Aber ich glaube, ist auch nicht wieder vorgekommen. Ich glaube, ConCrafter ist ein guter Atze. Eine geführte US-Umfrage ergab, dass 54% der 13- bis 38-jährigen Social-Media-Influencer werden wollen. Das ist acht Jahre her, keine Ahnung, oder sechs. Nee, ich glaube, actually, vier oder fünf Jahre. YouTube, Instagram, Twitch oder TikTok werden mittlerweile als Geschäftszweig gesehen. Und ein nicht unbeachtlicher Anteil unserer Gesellschaft hat einen regelrechten Hass auf Content-Kreatoren, die fürs vor der Kamera sitzen und nichts tun, dein durchschnittliches Jahresgehalt im Monat verdienen. Während sie gleichzeitig auch noch von Schattenseiten, Leistungsdruck und Burnouts erzählen. Dann sucht euch doch einfach einen richtigen Job. Hört man immer wieder. Und weil ich diese Aussage extrem interessant finde und schon immer einen Fuß in beiden Welten hatte, will ich mir das Ganze mal etwas näher anschauen. Es dürfte so heiß diskutiert sein wie die legendäre Frage, was zuerst da war, das Huhn oder das Ei, was keine Rolle spielt, weil Schwäne sowieso die krasseren Ficker sind. Also, ist Content-Creator nun ein Job? Oder nicht? Laut Definition, ja, es ist ein sehr verrückter Job, aber in der heutigen Zeit ist Content-Creator auf jeden Fall ein anerkannter Job. Aber ich finde, das ist ein sehr, sehr interessantes Thema, weil ich kenne beide Welten im Chat. Also, ihr müsst euch vorstellen, ich bin ja nicht einfach so in dieses Content-Creator-Ding reingerutscht. Ich mache ja seit Jahren YouTube und ich habe auch sehr viel, also, ob ihr es mir glaubt oder nicht, ich kann mich noch daran erinnern, als ich vor 10 Jahren, 15 Jahre alt war oder so noch länger her, vor 12 Jahren, 13 Jahre alt oder so, da war es schon mein Traum, irgendwann mal so einen silbernen Play-Button zu haben. Da arbeite ich noch dran, aber der kommt, nächstes Jahr im besten Fall. Und für mich war ein komplett unerreichbares Ziel-Chat, boah, da kriege ich Geld drauf, wenn ich drüber rede, für mich war ein komplett unerreichbares Ziel, irgendwann mal Full-Time-Content-Creator zu sein. Ich hatte nichts im Leben, was mich glücklich macht, ich hatte nichts, für das ich mich interessiere, ich hatte keine Perspektive, also außer halt meine Familie, die für mich da war und die hat mich immer unterstützt. Ich hatte legit nie irgendeine Perspektive, ich hatte nie was, was ich gut konnte, ich hatte nie viele Freunde und sowas. Ich wurde in der Schule gemobbt und ausgelacht, weil ich so YouTube-Scheiß mache. Das ist so diese typische YouTube-Story, die viele haben, aber ich schwöre euch, so war das. Und jetzt lebe ich da seit zwei Jahren von und ich lebe da gut von und ich lebe in Köln und ich verdiene heutzutage und ist das schon wirklich krass, ich verdiene genug Geld, um Geld auf mein Konto zu legen und zu sparen. So, das ist einfach ein unglaubliches Privileg, für das ich sehr, sehr dankbar bin. Und das hätte ich halt damals, das hätte ich halt damals nie gedacht, Bro. Das ist, also für mich, ich habe es immer noch nicht realisiert und ich glaube, ich werde es auch niemals richtig realisieren, dass es wirklich so ist, weil das ist so wirklich nur ein ganz kleiner Anteil von Menschen und kann das über sich sagen, dass sie halt Full-Time-Content-Creator sind. Das ist, keine Ahnung, das finde ich schon krass. Porten, müssen wir uns zunächst die Frage stellen? Würdest du sagen, dass man jetzt noch anfangen sollte mit Content-Creator werden oder wollen das zu viele? Digga, ich sag's dir, wie es ist. Jeder, der da Bock drauf hat, soll das machen. Aber wenn du jetzt anfängst, um damit reich zu werden oder um das als deinen Job zu machen und damit Geld zu verdienen, dann lass es lieber, weil dann ist es vertane Liebesmüh. Weil das ist ein jahrelanger Hustle. Also ich zähle die Zeit, YouTube, die ich halt vorher auch gemacht habe, auch wenn das Scheiß-Content war, zähle ich da halt mit dazu. Ich mach das halt seit zwölf Jahren oder so. Und ich hab auch immer zwischendurch mal wieder Pausen gemacht, andere Kanäle gemacht. Ich war mal eine Zeit lang Kuchen-TV-Meinungsblogger. Also ich hab halt auch viel Scheiße gebaut so. Aber das hat halt auch meinen Weg geebnet. Es ist wirklich, es ist harte Arbeit. Und mittlerweile würde ich sagen, also die Konkurrenz ist so groß, wenn du jetzt niemanden kennst und jetzt von null anfängst, ohne Kontakte und einfach losstreamst, es ist sehr unwahrscheinlich, dass du da in absehbarer Zukunft irgendwie von leben kannst. Digga, aber wenn es dein Hobby ist und wenn du Bock hast und ey, jedes Jahr gibt es Leute, die von null auf hundert auf einmal durch die Decke gehen. So, es kommt immer drauf an. Aber wenn ich es anfangen würde, jetzt Content-Creator zu werden oder Streamer zu werden oder whatever, würde ich es einfach machen aus Hobbygründen. Checkt die einfach, weil es mir Spaß macht. Was genau ist eigentlich ein richtiger Job? Aber ja, prinzipiell würde ich sagen, wenn ihr Bock habt zu streamen, dann streamen. Aber, keine Ahnung, habt halt am besten eine abgeschlossene Ausbildung und einen normalen Job noch nebenbei. Weil, wie gesagt, das Full-Time-Content-Creator zu werden, ist sehr, sehr hart. Wirklich sehr, sehr hart heutzutage. Und mit jedem Jahr, was ins Land streicht, wird es härter. Laut Dudendefinition ist es eine vorübergehende Beschäftigung zum Zweck des Geldverdienstes. Doch ich glaube, was die meisten mit dieser Aussage eigentlich meinen ist, such dir einen Job, der etwas zu unserer Gesellschaft beiträgt. Was geht ab, Paul? Also lautet die nächste Frage, trägt ein Content-Creator etwas zu unserer Gesellschaft? Es fühlt sich oft nicht so an, aber ich würde sagen, ja. Und bevor ihr nun euer Quartett-Karten-Set mit Beleidigungen hervorkramt und mich auf der Straße mit Eiern bewerfen wollt, schenkt mir bitte eine Minute eurer Zeit, um etwas weiter auszuholen. Eher soll Grup-Tekan die nächste Oscar-Veranstaltung moderieren, als dass ich mir... Ich habe Zabex lieber als Entertainer als als Schlosser oder Backer, Bro, ich sag's dir, wie es ist. Ich wäre auch... Ich bin wirklich maßlos scheiße. Also legit, Entertainer ist das Einzige, was ich kann. Ich glaube, sonst bin ich wirklich useless für... für die Gesellschaft. ...rausnehmen würde, zu behaupten, dass beispielsweise ein YouTuber und seine Videos den gleichen oder nur ansatzweise den Mehrwert für unsere Gesellschaft wie ein Arzt, eine Pflegehilfe oder ein Bauarbeiter bieten würden. Darüber brauchen wir gar nicht zu diskutieren. In meinen Augen liegt das Problem eben genau da, dass man bestimmte gesellschaftliche Mehrwerte nicht miteinander vergleichen sollte. Und um das besser zu verdeutlichen, gestreichen wir vielleicht einfach mal den YouTuber oder Influencer aus der Gleichung und ersetzen ihn durch etwas Beliebteres. Zum Beispiel euren Lieblingsbuchautoren, eure Lieblingsband, euren Lieblingsschauspieler oder Sportler. Ja, ich finde, am geilsten kannst du es auch mit Fußballern vergleichen. Also Fußballer, obviously, das ist ein harter Sport und sowas und die machen sich da auch kaputt mit. Aber die verdienen halt... Der Geilte, der Fußballer verdient halt Millionen im Jahr, checkt ihr. Und da regt sich auch keiner auf. Was haben diese alle gemeinsam? Sie haben ebenfalls keinen gesellschaftlichen Mehrwert im herkömmlichen Sinne. Keiner davon heilt dich, wenn du krank bist. Jo, das war fucking abgefuckt. Zweimal täglich, Ibu, Profil. Keiner davon kümmert sich um dich... Oh nein, der arme Commanderkrieger. ...alt bist. Keiner davon baut dir ein Dach über dem Kopf und keiner davon backt dir das Brot, von dem du dich ernährst. Doch teilen sie alle noch eine weitere Gemeinsamkeit. Sie alle gehören der Unterhaltungsindustrie an. Eine Industrie so alt wie die Menschheit selbst. Fest verankert in all unseren Kulturen. Vom Hofnarren, der das Volk in der Burg belustigte, dem fahrenden Zirkus, der von Stadt zu Stadt fuhr, oder dem Theater, in dem die erfolgreichsten Stücke aufgeführt wurden. Sie alle dienten einem Zweck. Der Unterhaltung der Bevölkerung. Dem Eskapismus, also der Flucht aus der vielleicht von Krieg geprägten Zeit, politischen Problemen oder dem tritten Alltag. Und bis heute hat sich daran nichts geändert. Ein gutes Buch wird deinen Beinbruch nicht heilen, doch es wird auf der Couch einige Tage für Ablenkung sorgen. Und auch dein Lieblingssong wird deinen Liebeskummer nicht vertreiben, doch kann dabei helfen, deine Stimmung wenigstens etwas zu bessern. Würde man also seinem Lieblingsromanautor einen Brief schreiben, dass er sich gefälligst einen richtigen Job suchen soll? Die wenigsten von euch würden diese Frage wahrscheinlich bejahen. Hier liegt also der Hund eher nicht begraben. Worin genau besteht nun also der Unterschied? Nun, der Romanautor schreibt jahrelang an seinem Buch und arbeitet sorgfältig Charaktere aus. Der Fußballer trainiert seine halbe Jugend täglich auf dem Platz, um seine Skills zu verbessern. Und an einem zweistündigen Kinofilm arbeiten gleich hunderte Leute mit den verschiedensten Tega, John Wick, geil. ...künstlerischen Talenten über mehrere Jahre. Doch der Content Creator ersetzt sich lediglich für 20 Minuten vor seiner Webcam und erzählt gelangweilt irgendeine Alltagsstory, die er dann im Anschluss hochlädt. Die geht dann viral und zack, in einer halben Stunde das durchschnittliche deutsche Monatsgehalt verdient. Könnte man zumindest meinen. Und genau hier liegt der Knackpunkt, an dem viele Leute gar nicht mehr differenzieren... Jetzt wird es ganz, 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 ganz wichtig... ...zielen können oder wollen. Denn Content Creator ist nicht gleich Content Creator. Content ist nämlich ein sehr oberflächlicher Begriff und bedeutet ja grundlegend erstmal nur Inhalt, was so gut wie alles sein kann. Darunter fallen eben auch diejenigen, denen man deutlich anmerkt, dass sie keinen besonderen künstlerischen Anspruch haben, sondern ihn in typischer Influencer-Manier nur produzieren, um Geld zu verdienen. Doch was viele dadurch vergessen, diese Philosophie gilt eben nicht für alle. Denn viele Kreatoren produzieren Content in der... Ja, ich finde, du kannst aber auch nicht alles über einen Kamm scheren. Also selbst wenn man Content produziert, um Geld zu verdienen, obviously, dann ist es, dann ist da nichts falsch dran. Also ich sag euch ehrlich, Chat, und das ist nämlich genau dieser Knackpunkt, den ich vorher auch nicht gecheckt habe, bevor ich selber Fulltime Content Creator geworden bin. Du kannst nicht immer nur das machen, wo du Bock drauf hast. Digga, wenn ich mich jetzt wirklich einfach nur, weil das ist ja immer ein Argument, was viele Leute sagen, wenn ich mich jetzt einfach nur acht Stunden am Tag hier hinsetze und League of Legends zocke, einfach weil ich Bock drauf habe, Digga, dann bin ich in zwei Monaten pleite, weil ich kein League of Legends Streamer bin, weil sich keiner dafür juckt. Checkt ihr, wie ich meine. So, man muss schon ein bisschen, also gerade wenn du davon lebst, musst du halt schon ein bisschen mit dem Zahn der Zeit gehen und gucken, was funktioniert. Und im Moment funktioniert halt einfach Just Chatting. Im Moment funktionieren Sachen wie Frank Rosin, im Moment funktionieren Sachen wie TikToks, im Moment funktionieren... Einfach so Just Chatting-Shit funktioniert. Und es gibt auch Tage, wo ich dann wirklich einfach mal keinen Bock drauf habe. Und manchmal muss man es dann aber trotzdem machen. So, wisst ihr, wie ich meine? Das ist halt... Ja, keine Ahnung. Ey, ich hätte jetzt auch einfach Bock, einfach mal fünf Stunden League of Legends onstream zu spielen und vielleicht mache ich das auch irgendwann mal. Aber darunter würden halt meine Zahlen leiden und vielleicht fällt dann das nächste Placement flach oder so. Das ist halt das Ding. I don't know. Und ich finde nichts verwerflichter dran, Geld zu verdienen oder Geld verdienen zu wollen mit seinem Content. So, obviously Leute wie Julian Bam oder so, also die machen ja wirklich Kunst. Also das sind ja wirklich high-quality, top-tier Videos. So, oder auch Skis. So, da steckt ja super viel Arbeit drin. Ich würde mich selber eher vergleichen mit so einem... Ich weiß nicht, bin ich ein Lifestyle-Content-Creator? Jules macht auch krasse Videos, ja. Ich bin halt eher so ein... Keine Ahnung, ich setze mich gerne hin. Ich reagiere gerne auf irgendwas so ungeklickt-Style. Oder so ein Montana Black-Like. Ich reagiere gerne über irgendwas. Ich mache gerne Realtalk. Ich gucke mir gerne mit euch TikToks an. Ich gucke mir gerne mit euch Frank Rosin an. Das ist einfach so... Ich bin einfach so der Laber-Typ. So, checkt ihr? Das ist so mein Ding. Aber trotzdem ist es ja irgendwo Content, der eine Daseinsberechtigung hat. Erster Linie aus Leidenschaft, um eigene Werke zu erschaffen und sie mit ihren... Und selbst wenn da so eine Body-Paint-Streamerin ist, die in dem Pool sitzt nackt und da sind, keine Ahnung, tausend Leute, die sich da jeden Abend den Schwanz drauf wickeln und die finden das geil einfach und für die ist das so... Für die ist das der Content, den die gucken wollen, dann gehöre ich denen das von Herzen. Moin. ...zuschauern zu teilen. Sie nutzen die Möglichkeit, dadurch Geld zu verdienen, um regelmäßiger und aufwendigere Inhalte zu erstellen. Die Einstellung des jeweiligen Creators, ob man Content... Wichtiger Punkt, actually, dadurch, dass ich Full-Time-Streamer bin und mir jetzt keine Luxusuhren kauf oder keine whatever, kann ich das Geld, was ich verdiene, reinvestieren. Und alleine nur dadurch, dass ich halt meinen Cutter hab, den ich jetzt bezahlen kann, weil ich jetzt gerade das Geld verdiene, um ihn zu bezahlen, guckt euch den Zabex Live-Channel an. Auf diesem Kanal kommt jeden Tag, bis jeden zweiten Tag, kommt da Content. So, und klar, das ist nur Content aus den Livestreams, aber das ist trotzdem geiler Content. Hier die Hugo-Reactions, hier die TikTok-Videos, das ist einfach Content, der gut ankommt, der funktioniert, so checkt ihr. Und alleine nur dadurch, weil ich mein Geld reinvestieren kann und weil ich jetzt, dadurch, dass ich Full-Time-Streamer bin, so viel Content überhaupt produzieren kann, kommt halt noch mehr Content. So, das ist halt einfach die Re-Investition, checkt ihr. Nun, als Gelddruckmaschine oder Kunst sieht, macht einen entscheidenden Unterschied. Gerade YouTube hat sich in den letzten Jahren als neues Unterhaltungsmedium gegen das Fernsehen durchgesetzt. Viele alte legendäre Formate, wie beispielsweise Jackass, würde man heute wohl... Und das machen vielleicht auch gute Reactions dann aus. Das ist halt, Bro, das ist ein wildes Thema, man. ...hier als im TV wiederfinden. Und dadurch hat sich für alle unabhängigen Kreatoren die Möglichkeit geboten, ihre Videos und Formate einer breiten Masse zu präsentieren, ohne eine Fernsehproduktion im Nacken zu haben oder um einen Sendeplatz kämpfen zu müssen. Spätestens seit dem Drachenlord ist... Oh nein. ...alles, was das Bezeichnen von Videocontent in Verbindung mit Arbeit angeht, ein unglaubliches Meme geworden. Und auch hier sehe ich ein großes Problem in der Kommunikation zwischen Kreatoren und Zuschauern, das zusätzlich Öl ins Feuer gießt. Denn nicht nur der Drachenlord, sondern auch viele andere benutzen häufig die Aussage, dass das Produzieren von Videos und Content harte Arbeit wäre. Ja, es kann durchaus sehr aufwendige Arbeit sein. Tatsächlich sitzt man hier und da mal für eine 15-sekündige Szene, in der komplexe Animationen oder CGI genutzt werden, in zwei bis drei Stunden. Doch es ist keine harte Arbeit, es ist aufwendige Arbeit. Und das ist ein großer Unterschied. Und vor allem, wo der krasse Unterschied ist, Chat, also auch, wie gesagt, wir sind alle, wir Content-Creator sind sehr privilegiert, aber es ist halt, es ist halt kopfmäßig Arbeit. So, das ist, also wie gesagt, meine, meine, mein Content ist nicht krass aufwendig, Chat. So, meine Streams, ich mache den Stream an, ich überlege mir vorher was, suche mir vielleicht vorher ein paar Videos raus, wo wir darauf reagieren können. So, das Anstrengendste da ist einfach, entertaining zu sein. Obviously, wenn ich mir jetzt alleine Videos reinziehe, dann labere ich halt nicht die ganze Zeit, aber mir gucken gerade 300 Leute zu. So, ich will, dass die 300 Leute hierbleiben, ich will, dass ihr Spaß habt, ich will, dass ihr eure Zeit hier gerne verbringt. Ich will einfach reden, 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 checkt ihr. Egal, selbst wenn es nichts zu reden gibt, reden, irgendwie entertaining sein, auch irgendwie so streamen, dass man daraus Videos machen kann, das ist halt anstrengend, das fickt den Kopf. Alles, was drumrum ist, was für ein Video kommen morgen. Ich muss noch ein YouTube-Video machen, jetzt muss das Placement noch kommen, ich muss noch TikTok schneiden, du hast nie richtig Feierabend und du hast immer im Hinterkopf jede Sekunde, jede Minute, wo ich jetzt kein Content mache. Zum Beispiel, ich bin im Gym, in der Zeit hätte ich auch ein Video schneiden können, das hast du immer im Hinterkopf. Das ist, glaube ich, die Arbeit, die da mitgeht. So, du hast nie richtig Feierabend und je mehr Zeit du da reinsteckst, desto mehr Outcome hast du im besten Fall. Es ist aber nicht garantiert. Es kann auch sein, dass ich einfach wirklich jetzt jeden Tag 8 Stunden Videos schneide und trotzdem gehe ich nicht big auf YouTube. I don't know, das ist so, es ist ein schwieriges Thema, Bro. Es ist halt Kopfgeficke und ich merke halt selber, wenn ich den Stream ausmache, zum Beispiel dieser Stream vorgestern, das war so krass, ich habe 400 Subs gemacht oder so. Also, wisst ihr wie, also das ist wirklich sehr viel, das ist wirklich gutes Geld und trotzdem ist man danach halt, man ist halt danach einfach ausgelaugt. Wenn so ein Stream ausgeht nach 4, 5, 6 Stunden, das hört sich dumm an und ich check auch, dass Leute jetzt vielleicht lachen, die kein Content Creator sind, aber man ist danach einfach mental ausgelaugt. I don't know, es ist halt keine harte körperliche Arbeit, es ist einfach Kopfgeficke. Also, ich finde, es ist mehr Kopfgeficke, als man damals in der Ausbildung hatte, zum Beispiel und halt, du hast dieses kein Feierabend. Trotzdem ist es nicht vergleichbar mit einem Job, wo jemand in der Pflege arbeitet oder sich um alte Menschen kümmert oder jemand einen Arzt ist oder meinetwegen Häuser baut auf dem Bau, also das ist halt ein ganz anderer Schnack. Aber was ich euch garantieren kann, Stream und YouTube und Videos machen ist auf jeden Fall mehr, als ich sitze 5 Stunden am Tag am PC und spiele einfach, weil so funktioniert das nicht. Jeder Content Creator, den ihr feiert, liegt nachts wach und macht sich Gedanken, was kann ich im Stream machen, was kann ich für YouTube-Videos machen. Sobald die Views ein bisschen droppen, Leute, man wird geistig behindert dadurch, Realtalk und das meine ich nicht abwerten, sondern wirklich, diese Zahlen machen dich behindert im Kopf. Das ist krank. Das ist wirklich, wirklich, wirklich krank. Man ist da teilweise wirklich in seinem Leben eingeschränkt durch und das hat jeder Content Creator, den ihr guckt. Manche mehr, manche weniger vielleicht, aber dieses Kopfgeficke ist wirklich krass. Keine Ahnung. Du hast halt 2-3 Monate, da machst du 200.000, 300.000 Views auf deine Videos und auf einmal machst du nur noch 80.000 bis 100.000, was ja auch viel ist und du hast sofort Existenzängste, man hat sofort Angst, dass es nicht mehr läuft, das ist wirklich crazy. Und dann kommt noch dazu, viele Content Creator haben ja nicht mal eine Ausbildung oder Schule abgeschlossen oder so, das ist da nochmal richtig ärzt, Bro. Hat sich in den letzten Jahren eine riesige Vielfalt an neuem Content entwickelt, was auch der Grund dafür sein dürfte, warum viele, mich eingeschlossen, fast gänzlich auf das traditionelle Fernsehen verzichten und sich stattdessen hier ihr eigenes Lieblingsprogramm zusammenstellen können. Doch hätten wir den Machern unserer Lieblingsshow im Fernsehen geraten, sich einen richtigen Job zu suchen? Die Vereinfachung eben dieser Mechanismen, also das Equipment für den Normalsterblichen mittlerweile frei erhältlich und bezahlbar ist und somit quasi jeder von zu Hause aus ein Video produzieren kann und die Tatsache, dass gerade YouTube die Kreatoren viel nahbarer macht als das Fernsehen, hat dafür gesorgt, dass der gesamte Prozess nicht mehr wirklich wie Arbeit wirkt. Und ich meine jetzt eben nicht die ganzen Negativbeispiele, die sich für eine halbe Stunde vor die Kamera setzen und eine private Alltagsgeschichte erzählen, sondern beispielsweise Kreatoren wie aktuell Jules. Wer der Meinung ist... Ja, Jules ist krass. Jules ist wirklich, wirklich krass. Aber ohne Scheiß, dieser Mann ist ja auch sehr erfolgreich damit, aber ich sag euch trotzdem, das wäre irgendwie nicht meine Art von Content zum Produzieren. Ey, ich hab da so mies Respekt vor, da steckt so viel Arbeit drin, der macht ja auch seine Views mit und der macht da... Der ist unheimlich erfolgreich damit, zu Recht. Aber ich glaube, das wäre kein Content, wo ich Bock hätte darauf, den zu produzieren. Ey, ohne Scheiß, da ist zum Beispiel Felix. Felix ist auch so ein krass kreativer Mensch und Felix will auch am liebsten wirklich auf professionellste Art und Weise seine Shows und so machen. Ich finde so dieses Nahbare, ich weiß immer nicht, wie ich das beschreiben soll, dieses Montana Blacklike, dieses Nahbare. Man sitzt einfach und man labert mit den Leuten. Man, keine Ahnung, ich erzähle, was für Sachen ich gefickt habe in meiner Kindheit und so. Man reagiert auf irgendwas und so. Also checkt ihr? Einfach so, ja okay, chill. Einfach so nahbarer Content. Ich finde, das muss nicht immer aufwendig sein, damit es geil ist. 40 Minuten Blockbuster, keine Arbeit und Leidenschaft steckt, ist absolut realitätsfremd. Ein paar Stock... Ja, Content, mit dem man relaten kann. True Cheater, so. Und das, keine Ahnung, das funktioniert bei mir einfach gut und das ist der Content, den ich am liebsten mache. Ich mache am liebsten einfach den Stream an und labere euch voll. Das finde ich am geilsten. Fotos aneinander schneiden. Das kann jeder. Wieso kommt da so wenig? Ein Verband, Junge. Und wer Content wie diesen gerne konsumiert und verlangt, dass er gefälligst regelmäßiger erscheinen soll... Trotzdem zum Beispiel, wenn Jules jetzt seinen Stream anmacht, dann hat er teilweise weniger Viewer als ich, obwohl er 600.000 Abonnenten hat, weil... Ja, oh mein Gott, ich glaube, so kann ich das gut beschreiben. Es gibt Content Creator, da interessieren sich die Leute für den Content. Und es gibt Content Creator, da interessieren sich die Leute für die Person. So ein Montana Black zum Beispiel ist so jemand. Ich würde auch sagen, Trimax ist so jemand. Und auf jeden Fall bin ich auch jemand, wenn man mich guckt, glaube ich, dann guckt man mich, weil man sich einfach für meinen Charakter interessiert oder für meine Person. So, ich glaube, das beschreibt es ganz gut. Und das ist für mich der richtige Weg, weil so ein Content Creator möchte ich sein. Gleichzeitig aber dann kritisiert, dass der Creator nach 150 Stunden Arbeit eine 30-sekündige Werbeunterbrechung schaltet oder durch Produktplatzierungen Geld verdient, scheint wenig für den Künstler dahinter übrig zu haben. Nein, du Meister, du bist hot. Natürlich kann man jetzt sagen, dann mach doch YouTube einfach als Hobby. Also, brotlose Kunst. Was im Endeffekt jedoch sicherlich dafür sorgen würde, dass alle Kreatoren, die über... Digga, du auch crazy Views, ne? Das ist so heftig. Aber das ist halt, das ist halt auch Hollywood-like, ne? Und das sind zum Beispiel Ansprüche, die würde ich mir selber gar nicht stellen, weil das ist halt wirklich, da steckt halt eine komplette Crew hinter und so, ne? Das ist halt crazy. Tage oder sogar Wochen aufwendigen Content erstellen, mit der Zeit verschwinden würden. Nicht, weil sie Geldgeier oder Arsgeier sind, sondern weil durch den enormen Zeitaufwand solcher Projekte, wenn sie denn regelmäßig und nicht nur einmal im Jahr erscheinen sollen, auch eine gewisse Rentabilität garantiert werden muss. Genauso wie in einem Angestelltenverhältnis oder der Selbstständigkeit. Denn Rechnungen, Privatleben und Verantwortung verschwinden eben nicht einfach so. Und was ansonsten bleibt, wären die Content-Kreatoren, die weitaus weniger Arbeit und Leidenschaft in ihre Werke stecken oder das Ganze ausschließlich als Einnahmequelle sehen. Also ist Content-Creator nun ein Job? Ich sehe das so. Wir Content-Creator sind moderne Hofnarren. Im positiven... Ja, safe. Safe. Ich schwöre. ...den Gamer... Ihr bezahlt mich quasi dafür, dass ich mich jeden Tag zum Affen mache. Und das liebe ich. Danke dafür. ...unter euch dürften Early Access- oder Kickstarter-Projekte auf jeden Fall ein Begriff sein. Und auch dort findet man haufenweise schwarze Schafe, die eigentlich nur versuchen, den Kunden das Geld aus der Tasche zu ziehen. Doch trotzdem gibt es dort viele leidenschaftliche Entwickler, denen dadurch eine großartige Möglichkeit geboten wird, nämlich gute Spiele zu produzieren. So und nicht anders läuft es im Prinzip auch in der Welt der Content-Kreatoren. Und ich rede jetzt hier nicht nur von YouTubern oder Influencern. Content-Kreatoren sind auch Filmemacher, Autoren, Blogger, Podcaster oder Comic-Zeichner. Und vielleicht merken wir selbst, wie wir einigen von ihnen ein negatives Stigma aufdrücken, während wir es bei anderen nicht ganz so eng sehen. Es ist wichtig, die wirklich gute und aufwendige Kunst zu separieren und am Leben zu erhalten. Denn es ist ebenfalls Teil unserer Unterhaltungskultur. Das alles kann man natürlich auch ganz anders sehen. Doch sollte man vielleicht das Gedankenexperiment machen und sich eine Welt ohne die Unterhaltungsindustrie vorstellen. Und dazu zählen eben auch Bücher, die Musik, Sport, das Kino und eben auch YouTube. Ob Content-Creator also nun ein richtiger Job ist, der einen Mehrwert für unsere Gesellschaft bietet, muss im Endeffekt jeder für sich selbst entscheiden. Schwieriges Thema, Mann. Aber ich glaube, wir sind uns alle einig, jeder, der heutzutage noch sagt, Content-Creator ist kein richtiger Job und cringe und such dir was Richtiges, der hat einfach gar keinen Plan vom Leben. Also dann lebt er einfach hinter dem Mond und ist, I don't know, Bruder, einfach lost.